Die kleine rote Henne und die Weizenkörner Wer will die Weizen sehen, fragte sie. Ich nicht, sagte die Ente. Ich nicht, sagte der Hund. Ja, ich auch nicht, sagte die Katze. Na gut, sagte die kleine rote Henne. Dann werde ich es tun. Und sie säte die Weizenkörner aus. Nach geraumter Zeit stand der Weizen hoch und war reif. Wer will den Weizen schneiden, fragte die kleine rote Henne. Ich nicht, sagte die Ente. Ich nicht, sagte der Hund. Ich auch nicht, sagte die Katze. Na gut, sagte die kleine rote Henne. Dann werde ich es tun. Und sie schnitt den Weizen. Dann fragte die kleine rote Henne. Wer will denn nun den Weizen dreschen? Ich nicht, sagte die Ente. Ich nicht, sagte der Hund. Ich auch nicht, sagte die Katze. Na gut, dann werde ich es tun, sagte die kleine rote Henne. Na gut, dann werde ich es tun, sagte die kleine rote Henne. und backte ein knuspriges, frisches Brot. Wer möchte denn Brot haben, fragte sie dann. rief die Katze. Oh nein, keiner von euch, sagte die kleine rote Henne. Sie lockte ihre Küken herbei und teilte mit ihnen das Brot. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal.